Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 740 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Erfolg im Beruf fühlt sich großartig an. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Der Erfolg im Beruf fühlt sich großartig an. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Der Erfolg im Beruf fühlt sich großartig an. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Lucy versteckt sich hinter den Kürbissen auf dem Feld. Lucy versteckt sich hinter den Kürbissen auf dem Feld. Lucy versteckt sich hinter den Kürbissen auf dem Feld. Heute Morgen habe ich auf dem Wochenmarkt eine Ananas gekauft. Heute Morgen habe ich auf dem Wochenmarkt eine Ananas gekauft. Heute Morgen habe ich auf dem Wochenmarkt eine Ananas gekauft. Von hier aus habe ich einen schönen Blick ins Tal. Von hier aus habe ich einen schönen Blick ins Tal. Von hier aus habe ich einen schönen Blick ins Tal. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Rolf ist so unzuverlässig. Meine Tochter geht ab heute in den Kindergarten. Meine Tochter geht ab heute in den Kindergarten. Manchmal muss auch der Teddybär gewaschen werden. Er hängt zum Trocknen auf der Wäscheleine. Während unseres Urlaubs in Spanien hatten wir immer gutes Wetter. Während unseres Urlaubs in Spanien hatten wir immer gutes Wetter. Welchen Wein sollen wir für heute Abend kaufen? Welchen Wein sollen wir für heute Abend kaufen? Ich habe frisches Obst gekauft. Möchtest du eine Erdbeere essen? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Der Hase hat eine Verletzung an seiner linken Vorderpfote. Der Hase hat eine Verletzung an seiner linken Vorderpfote. Auf keinen Fall dürfen Kabel auf diese Weise angeschlossen werden. Es ist lebensgefährlich. Auf keinen Fall dürfen Kabel auf diese Weise angeschlossen werden. Es ist lebensgefährlich. Auf keinen Fall dürfen Kabel auf diese Weise angeschlossen werden. Es ist lebensgefährlich. Warte bitte ganz kurz auf mich. Ich bin gleich wieder zurück. Warte bitte ganz kurz auf mich. Ich bin gleich wieder zurück. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Ich bin damit sehr zufrieden. Mach weiter so. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Ich bin damit sehr zufrieden. Mach weiter so. Wir kennen uns seit zwei Jahren, seitdem sind wir unzertrennlich. Warum wächst die Pflanze nicht? Warum wächst die Pflanze nicht? Ich habe mich so sehr um sie gekümmert. In diesem Glas sind Zitronen, Ingwer und Honig. Ich bespreche mit Maria, welche Pflanzen wir beim Großhandel bestellen müssen. Ich bespreche mit Maria, welche Pflanzen wir beim Großhandel bestellen müssen. Ich muss hier draußen frühstücken. Wir haben keinen Ruheraum. Ich muss hier draußen frühstücken. Wir haben keinen Ruheraum. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wir haben keinen Räumen. Untertitelung des ZDF, 2020